Hallo, wir sind Paul und Christina und wir führen euch heute einmal durch unseren Infotag. Wenn ihr gestern die Story verfolgt habt, wisst ihr, dass gestern ja schon Thema Study Abroad war und das ist auch heute Thema des Infotages. Hallo, mein Name ist Stefanie. Ich gebe heute die Infosession zum Auslandssemester an der CBS im Raum Washington. Es geht um 11 Uhr los und ihr seid herzlich willkommen dabei zu sein und eine Studentin gibt auch noch Infos zu ihrem Auslandsaufenthalt. Die Aufgaben, die wir im International Office haben und dann natürlich unsere Partnerhochschulen. Sie sind heute bei einem ganz besonderen Infotag da, denn es sind auch einige unserer Partnerhochschulen heute hier. Das heißt, sie haben sowohl zwischen den einzelnen Infoveranstaltungen... Das heißt, sie haben wie einen einen ...money to get the best results of it. Okay, so online marketing, social media and cross-media marketing. And here is one example with this, Google AdWords, so this is, these are ads. And... The day is now at the end. We hope that we could have a good look and wish you a nice weekend.